hallo und herzlich willkommen zurück hier in format 4 ich habe das haus gar nicht mehr wiedergefunden wo wir letztes mal waren deswegen stehe ich jetzt immer noch da wo ich angekommen bin hier in der stadt meine komparations app starten denn hier habe auch eine karte so meine mal die musik heute habe ich gesagt manchmal ein bisschen musik an einstellungen audios musik ticken lauter weil die wird noch lauter ich glaube wir heute das haus ist nämlich jetzt so viele andere was haben wir denn hier jetzt ganz viele tassen teller keller und kronkorken ja ja es ist nämlich mal vorbei doch mit es wäre ja schön was kann man denn da rein das ist dieser hund manchmal nervt der einen ne ah nehmen wir doch die tür hier so eine kühle waren wir auch schon aber nicht in dieser hier mal hoch na komm ich hier hoch sieht nicht so aus komm ich nicht hoch Aha, hier ist ein Keller, Scum's Joe's Keller, da gehen wir mal rein und gucken mal. So, ich mach natürlich Federn an, mach mal ein Gerät, das würde helfen. So, zurück nochmal PC. Gucken wir doch mal hier in den Keller rein, was haben wir denn hier, wir haben hier Flaschen, Putzmittel und andere Kram. Schmutziger schwarzer Anzug. Das ist von der Tür. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Joa, gut. Der ist außer Betrieb. Warum ist der außer Betrieb? Ja, wir können mal nachgucken. Nicht jetzt, aber in meinem Schlamm Buch. Achso, wenn ich hier fertig bin mit der Aufnahme. Vielleicht steht da ja was zu generieren, wie man diesen Aufzug anmacht. So, mein Pip-Boy auf dem Handy ist auch gestartet. So, mein Pip-Karte. So, mein Pip-Karte. Karte. Karte zu aktivieren. Das ist ja auch schon mal. Als nächstes gehen wir mal hier gucken Ja super, ich würde gerne das haben, ich hoffe muss ich das machen damit ich das kriege Und nicht kaputt machen Geht wohl nicht, gut Ich weiß gar nicht mehr was war die jetzt, schnell Speyer-Taste Wollen wir auch schnell reinkommen, ich habe schon wieder vergessen F5 war das So Hier haben wir nämlich, erstmal geht es hier hoch Mal gucken wo es da hingeht Es geht hier auf jeden Fall einmal hoch Oben ist aber nicht viel Nämlich gar nichts, das ist gut 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 Geht es runter Geht es ins Parkhaus rein Gehen wir mal ins Parkhaus rein Geht es rein Geht es aus Geht es Geht es Geht es Es gibt Geht es Geht es Oh, ich sterbe. Das war ja mal wieder ein Fail. Das ist nicht wahr. Also im Parkhaus geht es schon mal gleich ab. Damit wir das schon mal wissen. Nehmen wir jetzt mal eine andere Waffe. Die sollte effektiver für diese Gute sein. Das ist ein bisschen. Dann So was ging das doch. Hier kommen wir an den Termin, oh den Termin können wir den aktivieren wahrscheinlich. Warum nicht, versuchen wir das. Null Treffer mit Kamm, kannst ja auch schon nix mit E sein. Cool. Rechtsvollzug. Das ist schön, man schützt mich nur an Tine. Das ist schön, man schützt mich nur an Tine. Ja, das ist schon ein lustiges Ding. Das ist schön, man schützt mich nur an Tine. Aber mehr war hier auch nicht drin, nur so ein bisschen was an Zeugs. Das ist ja auch ein toller Skill. Querschläger werden für einzelne Feenangriffe des Gegners zurückgewirfen und die Gegner werden sofort getötet. Für 1 und 3 wahrscheinlich selten. Da werde ich mal so ein Gummiziechen erst mal erschlägt. Das geht weiter. Das geht weiter. Also wir waren jetzt hier drin, Red Rocket Tankstelle gibt es da noch eine. Im Haus waren wir, glaube ich. Das geht weiter. Das geht weiter. Das geht weiter. Ja, das ist so schwer, um mir zu trauen. Das geht weiter. 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 Und sie haben wieder meine Hunden zusammengeschlagen. Die wir mal verhindern. Nein. 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 Aber schnell. Diese Ghule sind ja mal echt echt schön Verdammter Ghule Richtig Oh, der Hund hat sich hierher teleportiert Ja, der Hund hat sich aufstehen Also der hält ja echt nicht viel aus, ne? Der Hund Ja, der Hund hat sich aufstehen Super duper Marke zu kommen, als wir noch reingehen Oh, er hat gerade die Bank in Oh, er hat sich aufstehen Oh, er hat sich aufstehen Oh gut, hier ist jetzt nicht mehr viel Geld drinnen in der Bank Ich habe ein bisschen mehr erwartet Von dem Tresorraum hier Jetzt sind wir hier Schrotpatronen ist schön Da ist nichts mehr, das ist hier nicht mehr Was? Ich hab was gehört Ich hab was gehört Ich hab was gehört Hab ich wohl Arschloch Alter Mit einem Miniatom von Monarch Ich hab's mir immer so aufgeregt Oh, komm nein nein ach man das war schon wieder fähig so richtig fähig wir waren in der bank drin haben die bank aufgemacht haben wir auch schon gelootet sind dann hier raus 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 Ok, gut. Gut, gut. Und da, gut. Das war's normal, ja. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist echt nicht normal. Das war's für mich. Ah, das ist ja auch mal ein Mal, was ich da? Ja, das ist ja auch mal ein Mal. Fatman hat sie um mich Was ist das für ein Anze? Man weiß es nicht Aber ich bin doch jetzt zu schwer Hey Dommit ich würde dir gerne was geben Fatman wiegt zum Beispiel 30 Kilo Machete 18 Schaden Mittlere Angriffsgeschwindigkeit Seine Börse ist besser Gewicht ist wie Radar Power Das war's für heute Das war's für heute Das war's für heute Ja wir kommen auch gar nicht wirklich voran hier die Stadt ist viel zu riesig Die Stadt ist viel zu riesig So jetzt gehen wir da die Treppe runter So jetzt gehen wir da die Treppe runter Und da hinten Und da hinten Das war's für heute Ich glaub die Kude Geht damit nicht down Ah man Nein es hat mich getötet Och man Es ist doch nicht wahr Es ist doch nicht wahr Oder was hier abgeht Oder was hier abgeht Man glaubt es nicht Man glaubt es nicht Man glaubt es einfach nicht Ist der Hund jetzt schon wieder Da ist der Hund So Oh Ich glaube dass ich die Komischen Pugel da jetzt gleich nochmal totkriege Hier noch was ich glaube nicht Hab ich jetzt eigentlich einen Fatman? So Nee Kann ich vielleicht mal mitnehmen Was ist der Hund? Ja Hund Ich tue Also manchmal glaub ich auch der Hund will mich ärgern Oder sowas Hey So Gehen wir den Hund jetzt nochmal So So Scheiß Ja 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 Wie Ja Ich Ja 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 So, jetzt speichere ich nochmal, und dann ist es nämlich auch schon wieder zu sagen, es ist schon wieder eine Zeit, obwohl ich mach jetzt mal eben die Gule hier an, aber doch nur lacht, wenn ich nicht totkriele, 4 Stücke los, ist der Hund eigentlich schon wieder? Was macht der Hund da unten? Das verstehe ich schon wieder nicht. Wo ist der Hund? So. Das war schon wieder sehr knapp, aber es hat funktioniert. So. Ich hab mir natürlich kaum noch Schrott mal gezogen. Die Gule sind gut, da ist Schrott recht gut für die Gule. Noch einmal hier runter, ich hoffe das ist jetzt keine Gule mehr oben zu warten. Sieht nicht so aus. Und dann sage ich nämlich hier an dieser schönen Stille wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und hier waren wir nämlich letztes Mal. Genau da an dieser Stelle, die habe ich aber noch nicht wieder gefunden. Aber hier können wir das wirklich besser machen. Oh. Da, diesmal ist der Hell. Und ich hab aber auch noch ein bisschen was tragen. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Krise. Und hier war ich die Krise. Also habe ich noch einen Lücken in den Rahmen zu verabschauen. So. Vielen Dank.